Die Eisenwille der Qualen. So Leute, wir spielen hier den Doktor. Auch wenn ich diese Runde nicht gewinne, ich will einfach nochmal testen, mit dem Doktor umzugehen. Denn ich verstehe diesen Typen nicht. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ah, so. Man kann Leute. Man kann doch heute Stump. Stimmt das Stump doch, dass die sich nicht bewegen können. Ihr habt dich gesehen. Okay. Ah! Ach, das ist hier nicht die Verwundete. Aber du wärst jetzt verwundet. Nein, denn der Doktor ist da. Pahm. Loll, ich hab mich da gerade selber gesehen. Also wenn man mit dem Doktor richtig spielen kann und weiß wie man diese Schocktherapien einsetzen kann, dann ist der Doktor eigentlich gar nicht mal so schlecht. Oh, ich passt da nicht gut. Hä, da hinten hab ich mich schon wieder gesehen. Loll, hab ich die Halluzination selber? Ach, ich will sie haben. Hey, hör auf Haken zu schicken. So was mag der Doktor nicht. Mach! Ah, ah! Ah, ah! Hallo, ich kann dich sehen. Und ich muss dir sagen, du wirst mir nicht entkommen. Denn du bist am Schreien wie ein kleines Baby. Oh, Leute, guck mal, da oben habe ich mich schon wieder gesehen. Eigentlich ist der Doktor gar nicht mal so schlecht. Ja, lauf nur, lauf nur, du entkommst mir nicht. Hä, ich spiele, hä? Was? Wo ist sie hin? Was war das? Da hinten? Also eigentlich mag ich die Doktor ja doch schon, ne? Ah, guck mal, wie praktisch das der gleiche Haar ist. Okay, wir hängen uns schön ab hier, hör auf zu schreien. Ja, okay, kann ich noch ein bisschen Kopfschild abgeben. Okay, ich weiß nicht. Okay, ich weiß nicht. Hör auf damit! Wat? Hör auf! Hier war du ihm jemand. Guck mal! Wo ist er hin? Ja, rennen! Oh, das schaffe ich nicht. Der kann sich frei rückeln. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ob er hin? Das war's. Ah, jetzt hab ich dich. Boah, hör auf, Fakten zu schlagen. Alter, wie ich den einfach nicht erwisch. Alter, meine Fresse. Hey, bei dir kämp' ich jetzt. Ah, guck mal, da hinten hab ich schon den anderen gesehen. Ah, guck mal. Ah, guck mal. Na gut, immerhin drei Leute in einer Testrunde gehängt. Das soll doch mal jemand noch machen. Na, Leute. So, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss nur denken, ruhig zu fern vom Doktor. Da spielt lieber die Hexe oder so. So, das sieht ja so aus, wie er lebt und lebt. Ich verstehe doch, wenn wir auf Englisch angezeigt werden. Aber gut. Ey, wir haben einen Popi gekriegt. Und hier, komm hier nochmal schnell, geh, geh in den Shit. Ich glaube, es ist gar keiner mehr da. So, na gut. Dann verabschiede ich mich jetzt auch, Leute. Mach's gut. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Bitch. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020